Und dieses Abenteuer dann auch einfach mal, ich einfach mal probiere es. Aber die Anforderungen sind einfach brutal. Ein Football-Team zu führen ist das eine, aber wir bauen ja quasi ein Team auch auf und es ist ja auch noch nicht so, dass ich halt viele American Football-Franchises geführt habe. Wenn wir hier nicht erfolgreich sind, lass uns kein Spiel gewinnen. Dann kann es sogar sein, dass ich sage, hier, ich habe es nicht geschafft und dann gehe ich von Bord. Auch bei mir intern war das nicht das beliebteste Projekt. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir einfach als Team noch nicht zusammenwachsen. Hey, get there, get there. Everything was said there was said. I'm scared that somebody is going to come and take my job or my spot. I'm not scared of that. Josh is, though. I'm nervous now. Say the question first. do you 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 you